Hier geht's um die Wurst. Alpha-Gründer des Monats ist Maximilian Haas mit Butcher's Spice Truck. Maximilian Haas ist ein Multitalent, das nicht nur erfolgreich Media-Management mit den Schwerpunkten BWL und Marketing studiert, sondern parallel zu seinem akademischen Alltag ein ungewöhnliches mobiles Event-Gastro-Konzept entwickelt hat. Von seinem Gründungscoach Gabriele vom Feld wurde er dafür im August 2015 ausgezeichnet als Alpha-Gründer des Monats im Universitätsclub Bonn. Im Juli 2015 hat sich der Traum vom Event Gastro-Mobil endlich erfüllt, die Entwicklung des Butchers Spice Truck, das Currywurst-Mobil im Retro-Format. Maximilian Haas ist nicht nur kreativer Student, sondern auch der Spross einer Fleischer-Dynastie in der dritten Generation mit 120 Jahren Meistertradition. Die Vision des frischgebackenen Jungunternehmers, ein mobiles Genussgefährt. Auch sein Logo und ein Qualitätssiegel hat Haas selbst entwickelt, das deutlich macht, bei ihm dreht sich aus bewährter Tradition alles um die Wurst. Und das mit 100% Genussgarantie. Eine bemerkenswerte Qualität, die Zukunftspotenzial auf mehr hat. Vielleicht sogar auf die Weiterentwicklung zum Franchise-System. Wir haben uns für den Butcher Spice Truck ein Fahrzeug überlegt, das etwas extra ist. Es handelt sich um eine Ape 50, umgebaut zu einem Anhänger. Und das Besondere bei der Currywurst ist einfach die Darbietung und die Qualität der Wurst. Also wir machen die Soßen selber, die Wurst ist nach einer eigenen Rezeptur. Und die wird in einem praktischen Becher für To-Go dargeboten. Die Haasche Currywurst im Retro-Format ist in dieser Form ungewöhnlich lecker und neu in Deutschland. Einmal ganz anders. Im lustig designten Takeaway-Becher und mit eigenem Cocktail-Stick im Butchers Corporate Design werden nach eigenem Rezept kreierte Grillwürste und Soßen mit frischen Kartoffelecken dargeboten. Das Angebot ist so kreativ und vielfältig wie seine Zielgruppe. Für Privat- und Firmenkunden empfiehlt sich der rote Hingucker. Für einen zukünftigen Junggesellenabschied ebenso wie für die Geburtstagsparty. Für einen gut gelaunten Grillabend oder für ein unkompliziertes Special in einem Unternehmen, das sein Jubiläum feiern möchte oder auch für Agenturen. Der Butcher Spice Truck macht einfach Lust auf mehr. Also als Zielgruppen haben wir natürlich den ganz normalen Straßenverkauf unter der Woche. Verkaufen um die Mittagszeit in den Industriegebieten. Dann stehen wir an Stadtfesten und Streetfood-Festivals, verkaufen dort unsere Ware. Zusätzlich kann man uns buchen einmal für private Events, für Hochzeiten, Geburtstage und natürlich auch für die geschäftlichen Events wie Sommerfest, Weihnachtsfeier oder was auch immer kann man uns gerne auch buchen. Maximilian Haas freute sich sehr über seine Auszeichnung als Alpha-Gründer des Monats durch seinen Coach Gabriele vom Feld und dankte mit einem Blumenstrauß fürs Mut machen, inspirieren und für die Begleitung bei man schwieriger Anfangshürde. Max Haas hat es geschafft mit Motivation, Umsetzungs- und der Tatkraft dran zu bleiben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Butcher Spice Truck ist für Privat- und Firmenkunden ein echter Kracher, kulinarisch wie auch optisch. In der Region Köln-Bonn-Rhein-Sieg findet man ihn ab sofort bei Streetfood-Festivals, Stadtfesten, Hausmessen und mehr. Jetzt geht's um die Wurst.